Lohatita Asana, auch genannt Lohatita Asana, ist die Stellung des Yogameister Lohatita. Raffaela, Yoga-Lehrerin bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist das Sitzen und im Sitzen gibst du die Füße oberhalb des Kopfes zusammen und hältst die Hände dort. Das ist Lohatita Asana. Lohatita war einer der 84 Nath-Siddhas, einer der 84 Yogameister der Nath-Tradition. Lohatita hilft nach innen zu gehen, hilft das Gleichgewicht zu entwickeln, ist eine gute Übung für die tiefen Bauchorgane und für die Sublimierung von Appanavayu. Mehr Informationen über dieses und alle anderen Asanas der 84 Nath-Siddhas auf wiki.yoga-vidya.de Bankerei Bankerei